Frauen! Oh, wir nehmen Frauen. Ach ne, jetzt haben wir es angekündigt. Wir nehmen nächstes Mal Frauen. HSV gegen Werder. Ja, ist ja fast Werder. Alter, Hertha ist besser als HSV. Was denn passiert bei euch, ey? Pantafahrt ist weg. Mach! Ja, dankeschön. Kommt alles vor das Intro. Was? Das kommt vor das Intro, dein Rülpser. Nein, doch. Das ist auch ein Mann. Kann man sich ja nicht mehr mit dir wie zuhause? Nee. Hallihallo, hallo und herzlich willkommen! Hey! Kommen wir auf meinem zweiten... Nein, auf meinem Kanal Wikimania. Wir spielen heute FIFA 2016 gegen den Werten Maeve Explorers. Hallo! Bei ihnen gibt es auch noch ein paar, den könnt ihr gerne ansehen. Da haben wir das Montagsspiel gemacht. Da wurde gar nicht angezeigt. Ähm, da haben wir gespielt Spanien gegen Italien. Die Montagsspiele EM. Und jetzt spielen wir der beste Verein der Welt gegen Hertha BSC. Also der HSV gegen Hertha BSC. Wikis Heimat gegen meine Heimat. Ja. Ich bin der Berliner. Ich bin der Hamburger. Ich bin der Hamburger. Obwohl... Die Kaltenkirchen SV gibt es ja gar nicht. Akkord unten laufen die auch schon durch. Aber das ist natürlich doof so, ne? Ja, klar. Äh... Ich spiele natürlich mit Kaltenkirchen SV leider. Sonst hätte ich mit einer Kaltenkirchen gespielt, aber die gibt es ja nicht in der FC Kaltenkirchen. Der FC Kaltenkirchen. Nee, Kaltenkirchen SV. Oder war das so? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab damals einen harten Holm gespielt. Das war der Shit. Mit Schmalfeld. Mit Schmalfeld. Im harten Holm. In harten Holm und Schmalfeld. Alter. Wir haben Namen hier. Leck mich am Arsch. Harten und geschmallen. Harten Holm, Schmalfeld, Kaltenkirchen. Geile Namen. Strubenhütten. Lennförden. Wir haben scheiß Namen hier. Matthias war gefasst aufs erste Gegentor, ja? Nee, 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 nee. Aufs erste Gegentor. Nee, nee, nee. Bleib mal locker. Wer nehmen wir denn da? Ich geh mich doch nicht aus. Ich nehm einfach den, den ich habe. Oh, scheiße. Was hast du getan? Bin schon da vorne, ja. Ach, das kann man? Ja. Ah, jetzt darf ich. Okay. Scheiße. Okay. Halt dich. Adler! Der Bundesadler! Hu, 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 hu. Spielt der eigentlich aktuell noch, oder? Nee. Wurde aufgestellt, meine ich. Nein. Also bei HSV war er. Bei HSV? Ja. Ja. Ah, ja. Das wollte ich ja. Das ist ein Mannschaft. Ich bin schon mitgekommen. Nee, nee, nee. Das ist aber auch so ein Pechvogel, oder? Der Adler? Ja, der ist verletzt. Der war auch verletzt, ne? Der war auch verletzt, ne? Der war auch verletzt, ne? Ein richtiger Verräter-Sau ist er. Der dropp nie. Der dropp nie. Der dropp nie. Wie fotze. Da war ja mal ein tschechischer zwe... Da war ja mal zweiter... Zweiter Tormund bei Tschechien, ne? Hinter Tschech, ne? Ja. Also der... Thomas Kraft hält den Ball. Thomas Kraft? Kannst du den nicht? Nee. Ich wusste nicht. Ich kenn doch die Ausstellung von Hertha nicht. Der war mal bei Bayern, wo Luis van Halen auch da war, wurde der als erster Torwart eingesetzt. Ging aber schief. Und dann ist er zu Hertha gegangen. Wegen haben Hertha ihn gekriegt. Oh, Hertha hat so Eingang bei den Spieler. Oh, das ist eine Verletzung. Geil. Ich? Ja. Oh nein, Darida. Der hat auch noch Rebooter. Geil. Nice. Du kannst übrigens gerne auswechseln, wenn du möchtest. Weil dann Ball los. Oh, dankeschön. Nachdem ich ein Tor gemacht habe. Nee, du machst das nicht. Ich glaub, dass mich auch ganz verletzt. Ich hoffe, dass es verletzt. Du hast da sogar verletzt. Es hat vibriert. Es hat vibriert. Es hat vibriert. Apropos da sogar auch ein ex-Hertana. Was ist denn los eigentlich mit Hertha und Hamburg? Was ist denn hier? So eine richtige Friendship-Tauschbörse. Tor! Habt ihr nicht auch Kaccha? Ja. Ist auch von Hertha. Oh shit. Ach nee, ich wollte gerade sagen, wir sind auch Fanfreunde, aber es ist ja mit Armin hier. Ja, ich glaube, Hertha und Hamburg, die haben nicht wirklich was gegeneinander. Tor! Die kennen sich nicht mal. Nee. Wolltest du jetzt noch? Nee. Ja, ich... Guck mal jetzt mal nach. Mal schauen, ob der noch verletzt ist. Diekmeier hat gelb Scheiße. Also hier steht nicht, dass er verletzt ist. Nee, aber es wurde eben angezeigt bei dir. Da war wahrscheinlich ein Schauspieler. So ein richtig guter Schauspieler ist das Schiedsrichter. Oh! Ja, der wurde fit gespritzt. Gespritzt. Warte mal, richtig einer ins Gesicht gewixt. Ja, geil, richtig ins Gesicht gespritzt habe ich. Da ging es dir wieder gut. Ja, konnte er wieder spielen. Ja, lauf. Ja, richtig geil gespritzt. Keine Ahnung. Du hast halt die passende tiefe Stimme dafür. Ja, geil. Ja. Tor! Oh! Alter! Ich bin nicht wie Morki, der nur eine Stimme kann. Ah! Ah! Ich bin's heilig! Na, so eine Eric Cartman schon, die er dir für alles nimmt. Scheiß drauf! Ich geh nach Hause! Oh, ich bin der Maeve. Hallo. Willkommen in die Ato3. Hallo. Hallo. Was mach ich da? Geil! Gib ihn her. Hast du eigentlich schon mal gescriptet das Video gemacht? Ja. Echt? Weißt du noch? Aber gegeben verarbeitet, oder? Achso. Ja, stimmt. Verdammt, das war aber noch besser im Gegensatz zu meinem Diabe 3 Tutorial. Scheiße. Und ich habe noch bessere Videos als das. Wenn ich das Beste davon finde, das Beste war berühmt werden auf YouTube. Da gab es doch früher auch immer, oh. Da gab es auch früher auch mal so einen, der ein Commentario, der früher vorgeschlagen hat, wie man auf YouTube am besten berühmt wird. ganz viel kommentieren bei den anderen youtuber ganz viel kommentieren ich sehe gerade dass das video ganz schön blass ist ich glaube ich muss ein bisschen farbe rein machen also im OBS sieht das sehr sehr blass aus hast du das auch? ich habe es auch in einem anderen bildschirm ist jetzt nicht das farbenprächtigste spiel naja es hat aber, ich werde hier trotzdem ein bisschen mehr farbe rein machen wahrscheinlich wahrscheinlich hängst du mit deiner kamera unter den wolken oh nein Olic Alter da wird er gebumst diese beiden teams sind ja schon mal aufeinander getroffen und wer wird gebumst und jetzt kann man endlich mal was erkennen und da hast du unentschieden gegen mich raus geholt ja und jetzt hole ich einen sieg es ist immer so ich spiele gegen Mave privat verliere 5 zu 0 wir spielen so spannendste matches ever aber ist doch gut so ja ist auch gut so hauptsache ich schreibe mir nur für die Aufnahmen an das wäre ja doof wenn es jetzt hier ein 5 zu 0 für mich werden würde oder für dich wer wird gebumbe stand da das abseits das abseits das abseits verdammt man muss ja auch recht behalten pass auf ich spiel ihn jetzt richtig weit und hau ihn ins Tor rein pass auf mhm wow ins Tor rein ins Tor rein ins Tor rein ähm nice Geru hast du das letzte Mal äh 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 letztes Jahr zumal Geburtstag also hast du die ganze letzte Saison fast gar nicht verfolgt doch also so mit so mitbekommen ne so guckt aber halt nicht also ach so ich hab hier meintes jetzt im Stadion im Stadion war ich letztes Mal zu meinem Geburtstag ahja hm 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 was du dir angetan hast, den Spieler. Seelisch gefickt habe ich ihn. Seelisch gefickt. Siehst du ihn, wie er ertäuscht guckt? Ja. Du folgst. So, jetzt mache ich eine rein. Pass auf. Pass auf. Mit Ansage. Okay. Tor! Mit Ansage! Mit Ansage! Mit Ansage! Ja! Was? Guck dir das Tor an! Wie ein junger Gott! Ich habe meinen Bildschirm angespuckt. Leck mich am Arsch! Ist der angespuckt. Guck dir das Tor an. Ist das ein geiles Tor. Ohlitz! Ohlitz! Alter! Ich hoffe, deine Aufnahme kackt ab. Nee! Geil! Nein! Das kann nicht sein, Regie! Mit Ansage! Holpi! Und Tor! Tor! Das kann ich sein! Das kann ich sein! Mit Ansage! Ja! Yes! Nur der HSV! Oh, guck dir das an! Mit Ansage! Nummer 2! Ohlitz! Puh! Okay! 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 Ist alles gut! Ist noch nichts passiert! Nee, nee! Du kannst noch gewinnen! Nichts passiert! Ich lieg nur 2-0 hinten! In der 50. Minute! Alles gut! Mach dir keinen Stress! Alles gut! Ich hab noch viel Zeit! Alles gut! Tor! Ohlitz! So, mit Ansage! Mein Ball wieder, danke! Wie viele Mann seid ihr denn hier hinten? Oh, Mavis konzentriert! Mavis konzentriert! Oh, shit! So, jetzt pass auf mit Ansage! Zack! Mavis konzentriert! Das ist ja nicht immer durch! Was ist denn los hier jetzt? Mit 5 Mann müssen sie auf eingehen! Das ist ein Schubskreis! Alles pürken! Oh, was? Was bin's? Alter! Oh, ich muss das anstellen! Oh, Junge! Weiße! Wird er gebombst! Oh, shit! Nein! Rote Karte! Lieg nicht! Gelb nur! Okay, alles klar! Das war halt schlicht gelb! Oh, ich kann doch keinen Elfmeter! Oder ist das Elfmeter, ne? Hoffentlich ist das nur! Aber ich kann doch keinen Elfmeter schießen! Ich hab nie einen Elfmeter... Ist das ein Elfmeter? Nee, ich glaube, er zählt nur das Foul! Er zählt nur das... Was?! Komm schon, bitte... Er gibt nicht den Elfmeter! Oh, ich hab... Ich wollte's wegdrücken, Entschuldigung! Er... Er gibt nicht den Elfmeter! Drück, drück, start! Warte, 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 warte! Ich... 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 Ich muss ganz kurz was gucken! Oh, Gott! Er gibt nicht den Elfmeter! Ich weiß es noch nicht! Wir sind jetzt gleich! Warte mal, ich... Ich muss ganz kurz hier was gucken! Okay! Was gibt denn noch den Elfmeter? Siehst du jetzt gleich! So! Drück mal weg! Ich hab schon weggedrückt! Er gibt Freistoß! Er gibt Freistoß! Das ist nicht sein Ernst! Das ist nicht sein beschissener Ernst! Geiles Spiel für mich! Leck mich am Arsch! Ist das eine Hure, der Schiri, ey! Der Mate ist pissed! Alter! Alter! Ich geh gleich weg, ey! Ich mach das Rage-Quid, ey! Nein, weiß ich nicht! Weiß ich auch nicht! Ich hab den Spaß meines Lebens gerade! Hör auf hier rum, so fummelt! Und dann hält er die! Und da gibt kein Elfmeter! Die Fotze! Das wär dein Anschlusstremmer gewesen! Ich kann kein Elfmeter halten! Nein! Du hast sogar... Bleib da... Alter, der will ja übel, ich will sparen sein Leben. Kann ich sein. Ist mir egal, wie du ausrastest, der Part kommt. Nein! Das kann nicht sein! Nein! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? Dieser Schiri... Hast du den bezahlt oder was? Gämbler! Gämbler, so schießt richtig. Adler! 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 Adler sei Dank! Ballbesitz, ich hab auch mehr Ballbesitz! Ach hier, ich hab Spaß, meine Liebens! Nein! Adler! Kann nicht mehr! Ah! Wuh! So, Eck da! Olic! Niesst du wieder an den Ball! Danke! Mann! Danke! Okay, Olic! Na, Sorge! Mit Ansage! Oh! Scheiße! Ich weiß, ob ich die Partner nenne, der wäre super! Maeve rastet aus! Mit Ansage! Oh! 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 Danke schön! Okay, La Sorge! Oh! Spiel kurz gedeckt! Ja! War ein Käfer! Was? Oh! Nein! Oh! Oh! Was hast du denn gemacht? Da gibt's den roten... Sag mal, ist das denn ein behindertes Schiedsrichter? Was gibt's denn den roten? Oder hast das... Ah, du bist hinten reingeg... Oh, was machst du denn sowas, Riki? Es war ein bisschen unüberlebt... Dann ist er doch nicht behindert, dann ist das verdient... Nein, ich bin mit einem Mann wegen... Meine... Meine Chance! Du hast keinen Stürmer mehr! Oh! Shit! Na, ich hab noch drei andere Stürmer... Ich hatte... Ich war mit vier Mann vorne... Eie... Mach! Warte! Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab auch noch... Oh, shit! ja 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 definitiv was ich zeit wir haben zeit ganz locker ganz locker ja wie soll ich denn in der neunzigsten jetzt zwei tore schießen richtig oh gott ich habe in der neunzigsten doch noch zwei tore was macht ihr denn da was macht ihr denn da nein oh gott nein oh gott nein oh gott nein oh gott nein 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 oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit nein weg damit scheiße MAAN ja 2 zu 1 für den ricky mania die menge tobt adler läuft im netz was ist denn los und die ich hab nur einen fehler gekriegt guck dir das an wie knapp ich auch immer drüber weg war ulic meine frau soll ich heute pate gefallen wir sind jetzt mal wieder bei fifa 16 bis dahin tschüss tschüss Ciao.